Nun zeige ich euch die zweite Box, die Annabox. Da ist drin ein Cliskor Shampoo. Cliskor Shampoo. Das riecht mega. Dann ist da drin eine Maske von Lavera. Da ist drin eine Lip Cream. Die hat die Farbe SMLC02 Stockholm. Ist von NYX. Dann von Nivea das Dry Active Deo. Das habe ich auch schon ausprobiert. Das riecht auch super. Und es sind drin von BB 5 in 1 sanfte Mizellentücher. Mit einem Schwan drauf. Das war die Annabox. Dann zeige ich euch direkt die nächste. Ich bin nämlich auch gleichzeitig am Essen kochen, deswegen. Hier ist drin von Ebelin ein Make-up Schwamm. Äh, ein Blender. Sorry. Dann ist da auch, also es war in der anderen Box auch drin, eine Autogrammkarte. Eine Lipstick-Palette, die sieht so mega aus, von Essence. Dann von Alverde eine Intensivhandcreme. Die schenke ich meiner Tochter. Und von Batiste ein Trockenshampoo in Sherry. Und von Balea Pearl Vanilla eine Lippenpflege. Also ich finde, die Boxen lohnen sich. Und, ähm, schaut, ob ihr euch die auch kaufen wollt. Also online gibt es noch ein paar wenige. Und ich sage ciao, eure Maja 5,5,80.